hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play hier auf meinem kanal wir spielen youtubers live omg nein einfach nur youtubers live 1 youtubers live 2 kommt dann nach diesem let's play und ich würde sagen sound einstellungen habe ich soweit angepasst wir starten rein ich habe es endlich geschafft ich bin der beliebteste youtuber ich verwalte mein eigenes netzwerk es war ein schwieriger weg bis dahin das ist meine geschichte man so sehr laut noch ich muss es dann mal ein bisschen leiser stellen erst mal schwarz ja wir bleiben mal bei der frisur augen ich hätte gern die in rot hier unten gibt es die in groß aber so klein warum nicht naja komm so mund ja nee wir bleiben bei dem bärtchen nein du bleibst ohne bat wir nehmen das ach du heimatland so brille brauchen wir keine so weiter ach du heimatland du bist ein meister viraler videos und dein einziges ziel ist es mehr und mehr zu machen jeder like und abonnent zählt deine fixierung aus gelden ist nichts neues du bist ein finanzexperte und weißt wie man mit videos geld macht du liebst es neue menschen kennenzulernen und unter leuten zu sein neue freunde zu treffen und dein lieblings hobby ist dein lieblings hobby und eine unendliche kontaktliste ist dein ziel dein lebenstraum ist es einen ganz besonderen menschen zu finden du ach ja komm nee gibt es etwas wichtiges als rum und popularität du willst spaß haben ohne sorgen also habe eine tolle zeit dich kümmert es nicht was andere denken zu lernen äh was andere denken zu lernen und neue dinge zu erlernen macht spaß und ist einfach du bewirbst dich für dein studium nein superstar gaming dein name name eik ey wieso's capslock an name des kanals eik lp start akzeptieren da bin ich mal gespannt alter ist das laut und in diesem raum in diesem raum ja passt so fortsetzen play aha 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 okay mach ich doch kanäle studentenleben studentenleben äh warte mal was ich bin student nein nein bitte nicht was ist denn jetzt das habe ich doch alles gemacht zum zoom per strg und rechtsklick ah damals hatte ich viel spaß mit den spielen die ich meinen regalen hatte mein mein spiel stand ein spiel empire planet 2 empire planet 2 boah okay arbeitsplatz gehäuse white case usb ok kamera logitech octopus mikrofon white aufnahme start ne warte mal ach du heimatland und ja komm ähm ähm empire äh empire planet 2 hashtag 0 1 titelname mein erstes LP weiter was deine verbinden haben dich verraten bevor du das spiel startest ja was ist dann wir nehmen mal das erstelle ein video in dem du videoclips in die bearbeitungsspur ziehst das weiß ich schon soo effekte hinzufügen 1,6 stunden 2,1 stunden wie langsam ist der pc ne alles klar oha oha aufrufe aufrufe und abonnenten sagen ja gut darüber lässt sich streiten bei mir auf dem kanal ich muss jeden monat einen test schreiben also muss ich lernen bei einem bestandenen test aber wäre ich durchgefallen hätte mich meine mutter zu hausarrest verdonnert mehr zeit zum zocken um in die schule zu gehen musst du einfach nur aus der tür hinaus gehen ok hä was war wo geht denn der jetzt hin hallo ah da komme ich wieder ich hätte das ein bisschen anders eingerichtet tatsächlich ich komme immer ich konnte immer überprüfen ob ich für den test bereit bin indem ich auf den kalender meines handys schaute aber zur schule zu gehen und gute noten zu bekommen ist nicht alles im leben manchmal ging ich auch einkaufen und schaute mir neue spiele und konsolen an genau ich muss mein zuhause zum einkaufen nicht verlassen online bestellungen sind eine einfache und schnelle art um an dinge zu kommen ja gut nicht immer muss ich sagen verwende deinen pc zum einkaufen ähm was soll ich denn einkaufen ich habe 100 dollar amazon l o r t battle for upper earth half light half light 2 the incident of slice ähm gorillas soccer 2 ok ich muss sagen dieses spiel nein the last lightning intro violet prisoner aha ich war bereits mit den grundelementen der herrschung von videos vertraut mir war bewusst dass der anfang schwer sein würde aber ich hatte mich dazu entschlossen ein youtuber zu werden und niemand konnte mich stoppen ich würde es schaffen ha ha ok 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 ich will jetzt aber trotzdem was zu den 100 dollern kaufen ehm wo wo aber es hoch ich okay 4310 Boah, das war ein geiles Handy Aha, aha, aha Okay, okay, okay Ah Nö, braucht man nicht Nö, braucht man nicht Da müssen wir uns ja doch hier bei Amazon was holen, wa? Äh, was ist hier unten? Oh, da gehen wir dann auch gleich mal drauf Ah ja, komm Jetzt gucken wir mal hier unten Moment Ich will auf meinen Kanal, hallo? Okay Jetzt aber Mein Kanal Aufrufe 99 Ey, ich bin besser als auf meinem Real Life Channel Abonnenten 55, Abonnenten 28, Abonnenten 0 Wo bin ich? Äh 51 Das ist mies So Profil ansehen Erzähl es allen, erzähl allen deinen Freunden davon, um deine Videos zu bewerben Okay Kartne Dies ist deine Kartensammlung Um neue Karten zu erhalten, brauchst du Kartensammlerpunkte, welche durch das Erfüllen von wöchentlichen Missionen Welches Welche du durch das Erfüllen von wöchentlichen Missionen verdienen kannst Ey, ich lese wieder Ich bin zu schnell im Gucken und lese das, was ich will Wow Kein Geld Ähm Joa Nice Ähm Kanäle Ahoi Zurück zur Schule Wir gehen nochmal zur Schule, würde ich sagen Und darum erst mal einen Schluck Kaffee Aha, 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 aha Alter Ich würde sagen, nächstes Video Wir bleiben erst mal bei dem Spiel Fortsetzen So Aufnahme Ein Titel ist nicht einfach, das ist immer das Schwierigste Ähm Ich weiß nicht mehr, um was es in dem Spiel geht Haha, scheiße Ähm Wie nennen wir den zweiten Titel? Ich mach's Ach, stopp mal Doch, ich mach sie fertig Schönen Caps Lock Clickbait Damit's auch angekriegt wird Süchen So Aha Äh Äh Fachliches Mörderischer Blick Lustige Kritik Hahaha Ja So Schneiden Eins Zwei Und Drei Titel Das Das 15,8 Stunden Alles Alles klar Ergebnis 14 Neuer Rekord Hochladen Veröffentlicht Ja Das rendert Okay Dann haben wir jetzt ne Zeit Ja komm Wir ruhen uns mal ne Runde aus Grunds Grunds Schnarch Schnarch Und wir gehen was essen Was Was ist denn das Was ist denn das hier Ach 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 Weil der gerendert hat Ah Ich verstehe Ich verstehe Ähm Gibt's hier ne Uhrzeit Mal so ganz doof gefragt Haben wir ne Uhr Anscheinend nicht Bäh Ah ah Okay 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 Nein 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 Der ist fertig Jetzt Yeah Da geht's los Und wir gehen ne Runde lernen Ab in die Schule Was Was will meine Mutter hier Oder ist das meine Freundin Ähm Sehr gut Du hast eine Menge in dieser Woche gelernt Wenn du so weitermachst Bekommst du vielleicht ein Geschenk Oh Warte Was ist denn die Mama Nein Nein Die will ich nicht Wusstest du schon Dass du mit dem Aushilfsarbeiten Etwas Geld dazu verdienen kannst Indem du auf die Tür klickst Kannst du arbeiten Aber vernachlässige deine anderen Pflichten nicht Das heißt Das heißt Meine Kinder dann auch immer Arbeite zu Hause Darfst du zocken Und das machen sie auch Oha Zeig mal Ich hab immer noch keinen Dach warte mal Abonnenten 94 Oha Streikschutz Okay Alter Welches ist das Der erste Teil Also hier Ähm Video 1 und Video 2 Das kann man gar nicht unterscheiden Das ist ja scheiße Ne das will ich nicht Ähm Aufrufe 492 ist 1 Hä Ach 452 Also ist unten 1 Und oben 2 Ah okay Das ist also wie beim richtigen YouTube gelistet dann Okay Ähm Na los lass mal arbeiten Ah hier komm wir brauchen Geld Wir brauchen Geld Bis jetzt verdienen wir ja noch nichts Mitten in der Nacht Wie sieht es hier aus Es steigt immer weiter Hol dir ein neues Videospiel Okay mach mal Ähm Einkaufen Amazon Mystic 5 End of Season Instant of Slice Ist was mit Drachen Das gefällt mir Los Jetzt hab ich nicht Oh 20 Okay 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 Passt 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 Warbanner Geil Ah Ja Ja Egal Komm Ist günstig Ich hab's mit Drachen Ich hab's mit Drachen Ich hab's mit Drachen Wir bleiben erst mal bei dem hier Da wir ja noch ein junger YouTuber sind Müssen wir nicht so viele Videos auf einmal machen Aufnahme starten Wisst ihr was ich nenn keine Titel mehr ich mach das jetzt nur noch so ja Denn Ich muss Ich brauch die nochmal nicht Sonst komm ich durcheinander Formelle Begrüßung Kennt jeder Das da Und lustiger Kommentar Oder Ah ne hier Ratschlag Das 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 sieht fast so aus wie mein Schnittprogramm 12 Stunden Holy shit 15 Stunden Ja Bleibt gut gesprungen Blendern Akzeptieren Neuer Rekord 16 Neues Level Neues Level Hochladen Und in der Zwischenzeit Können wir Lernen gehen Genau Darum erst mal ein Schluck KW So dann drück ich hier unten auf Pause Das war's mit der ersten Folge Ich muss sagen das Spiel gefällt mir richtig hart Das wird's auch ein Weichen geben Wenn's euch gefallen hat Lasst gern einen Daumen nach oben da Wie in dem Spiel Der ist vor allem wichtig für den YouTube Algorithmus Lasst Kommentare da Und wir sehen uns dann Zur nächsten Folge Bis dahin Ja Noch einen wunderschönen Resttag Bis nachher Untertitelung. BR 2018